Lass uns, was wir können, zusammenschmeißen und richtig was gemeinsam reißen, sagte die Taube zum Pinguin. Erst wollte er nicht, doch nun sind sie ein Team, die Taube und der Pinguin. Die Taube und der Pinguin. Er konnte gut schwimmen und sie konnte fliegen, gemeinsam konnten sie alles kriegen. Sie brachte Krümel und er brachte Fisch, sie hatten immer einen gedeckten Tisch. Die Taube und der Pinguin. 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 Vielen Dank.